Dann würde ich auch beginnen, die Aufgabenbeschreibung vorzulesen. Ich bitte euch dafür, auf die erste Seite zu blättern. Aufgabenbeschreibung für den Untertest Basiskenntnistest für medizinische Studien. Dieser Aufgabentyp soll ihr naturwissenschaftliches Hintergrundwissen prüfen. In den folgenden Aufgaben werden mehrere Fragen zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik gestellt. Ihre Aufgabe ist es, eine der unter den Lösungsmöglichkeiten A bis E angegebenen Antworten auszuwählen, die die Frage am besten beantwortet. Jede Frage lässt sich beantworten. Es gibt nur eine richtige Antwort pro Frage. Der Basiskenntnistest für medizinische Studien lässt sich in vier Testteile unterteilen, entsprechend den vier Aufgaben bereichen. Für Biologie haben Sie 30 Minuten Zeit für 40 Aufgaben, für Chemie 18 Minuten, für 24 Aufgaben, für Physik 16 Minuten, für 18 Aufgaben und für Mathematik 11 Minuten, für 12 Aufgaben. Sie dürfen während eines Testteils nicht zum nächsten oder zum vorherigen Testteil blättern. Sie dürfen während eines Untertests die dazugehörigen Aufgaben in einer beliebigen Reihenfolge lösen. Dies gilt auch für die Testbereiche Textverständnis, kognitive Fähigkeit und Fertigkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen. Für die folgenden 40 Aufgaben haben Sie 30 Minuten Zeit. Sie haben das Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Sie haben das Schreibgerät. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Aufgaben 18 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihre Schreibgräte wieder in die Hand, blättern Sie zur ersten Aufgabe und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aufgaben im Teil Physik haben Sie 16 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihre Schreibgeräte bitte wieder zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 . Blättern Sie zum letzten Stoppzeichen. Ich werde jetzt die Aufgabenbeschreibung für den Untertest Textverständnis vorlesen. Dieser Aufgabentyp überprüft, ob Sie in der Lage sind, lange, kurze, komplizierte und weniger komplizierte Textinformationen zu durchdringen und zu verarbeiten. Aus den folgenden Texten, die in ihrer Länge und Komplexität unterschiedlich gestaltet sind, sollen Sie die dazu gestellten zwei bis drei Aufgaben pro Text lösen. Für die folgenden zwölf Aufgaben haben Sie 35 Minuten Zeit. Nehmen Sie das Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das heißt, wer hier drinbleiben mag und nur mal kurz Luft schnappen möchte, kann hier gerne rausgehen. Ansonsten sind wir in einer Stunde wieder für den Nachmittagsteiler. Das heißt, um 12.05 Uhr machen wir weiter. Ansonsten gibt es Fragen bis hier mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich werde die Aufgabenbeschreibung für den ersten Untertest am Nachmittag vorlesen, Figuren zusammensetzen. Dieser Aufgabentyp soll ihr räumliches Vorstellungsvermögen prüfen. In den folgenden Aufgaben werden in mehrere Teile zerstückelte geometrische Figuren gezeigt. Ihre Aufgabe ist es herauszufinden, welche der unter den Lösungsmöglichkeiten A bis D angegebenen Figuren sich aus den Teilen in der Aufgabe zusammenfügen lässt. Lässt sich die Figur zu keinem der angegebenen Lösungsvorschläge zusammensetzen, kreuzen Sie bitte E, keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig, an. Hierbei sind die verschiedenen Proportionen der Teile irrelevant. Zudem ist es auch nicht erforderlich, dass die Teile gespiegelt werden. Neu seit 2021. Für diese Aufgabe sind keine Hilfsmittel wie Schreibgeräte, Signale, andere Zettel, Tischkanten, Personalausweise etc. erlaubt. Auch dürfen Sie keine Hilfslinien oder Punkte setzen. Der Vorgang der Zusammensetzung der Teile muss gedanklich geschehen. Für die folgenden 15 Aufgaben haben Sie 20 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät in die Hand und beginnen Sie jetzt. Für die folgenden 15 Minuten Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 zu notieren. In der Abprüfphase ist es Ihnen erlaubt, Informationen zu den Allergieausweisen zu machen. Bitte legen Sie alle Ihren Stift aus der Hand. Für die folgenden acht Allergieausweise haben Sie acht Minuten Zeit. Blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Job Zeichen des Aufgaben des Aufgabenbereichs Wortflüssigkeit. Aufgabenbeschreibung des Aufgabenbeschreibenden Aufgabenbeschreibungen für unser Test Gedächtnis- und Merkfähigkeit. In dieser Abschlussphase ist es Ihnen erlaubt, Informationen zu den Energieausweisenden und Energieausweisungen für die Folgen des Aufgabenbeschreibungen für die Folgen des Aufgaben und in Herd薯- und ubahen sich für den Online-Ensmouth-D 원one des Aufgaben 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 des wahrnestimates. Vielen Dank. 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 Genau. Vielen Dank. 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 Aufgaben. Beschreibung für den Untertest Emotionen erkennen. In dieser Aufgabe geht es darum, auf den im Text enthaltenen Informationen die Emotionen in entweder eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich zu kategorisieren. Es gilt folgendes für die Bearbeitung zu beachten. Es muss für alle fünf beschriebenen Emotionen der jeweiligen Aufgabe entschieden werden, ob diese Emotion als eher wahrscheinlich oder unwahrscheinlich einzustufen ist. Sollte für eine oder mehrere Emotionen keine Antwort eingetragen sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Emotionen beide Antwortmöglichkeiten angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede Emotion eine Auswahl getroffen haben und diese auch im entsprechenden Antwortfeld angekreuzt haben. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie einen Stift bei Hand, glättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 stabil. Vielen Dank. Ziel hennt足stuleST Tim Total atención. - zu beachten. Es muss für alle fünf beschriebenen Überlegungen eine eindeutige Zuordnung gefunden werden. Hierbei darf für jede Überlegung nur eine Wichtigkeitsstufe vergeben werden. Es können nie zwei Überlegungen einer Wichtigkeitsstufe zugeordnet werden. Sollte für eine oder mehrere Überlegungen keine Antwort eingetragen sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Überlegungen zwei gleiche Wichtigkeitsstufen an den Kreuz sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede angestellte Überlegung eine Wichtigkeitsstufe gewählt und diese auch in einer entsprechenden Antwort mit angekreuzt haben. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Blättern Sie um, nehmen Ihr Schreibgerät zur Hand und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte den Antwortbogen neben dem Skript ablegen, das Skript zumachen. Also jetzt habt ihr praktisch den Test abgeschlossen.